Mein Name ist Reinhold Augschöl. Ich bin Prefa-Fachberater für das Verkaufsgebiet Südtirol. Meine Arbeit macht mir Freude, dass ich mit Menschen in Kontakt komme, mit Menschen, die unser Produkt schon kennen, also mit unseren Prefa-Fachverlegern, aber auch mit Menschen bei Messeauftritten, die uns noch nicht so kennen. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden, wenn dann der Kunde anschliessend kommt, wenn das Dach schon fertig ist und sagt, das war die richtige Entscheidung. Mein schönstes Objekt und mein schönster Erfolg bei der Prefa war ein Bauvorhaben in einem Tal, im Gardertal. Das ist ein grosser Wohnblock in zwei Einheiten, in einer sehr hohen Lager, also fast auf 1700 Meter. Und das Entscheidende war da einmal die Sturmsicherheit. Der Architekt hat unser Produkt das erste Mal verwendet und war sehr positiv überrascht. Einmal für die Verlegung und dann auch vom optischen Eindruck aus einem Dach.